Die Macht des Wortes Die Macht des Wortes Wir wollen ein Volk sein und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun lernen. Wir wollen, dass dieses Volk ein Friedleben und aber auch kapitalisch und ihr müsst friedhaftig sein. Die Macht des Wortes Hitler hat das ganze Land mit Worten manipuliert und das deutsche Volk hat an allen Orten kapituliert. Denn Worte suchen für mehr Sorgen und mal für mehr Freude. Worte sind Waffen und füßen wirkende Werkzeuge. Worte sind Macht und greifen in dein Gewissen ein. Die Macht des Wortes möge die Macht mit mir sein. Die Macht des Wortes